hallo und herzlich willkommen zu unserem live stream hier im kurs mobile apps für android ich darf sie ganz ganz herzlich begrüßen und so wie immer können sie natürlich auch kurz hallo sagen schreiben sie was in den chat rein haben einige von ihnen ja eh schon gemacht wir werden heute wieder ein bisschen gemeinsam programmieren und zwar ganz konkret werden wir uns neues thema anschauen dass sie sich vielleicht auch mit den vorlesungs folien seit gestern schon ein bisschen näher gebracht haben und zwar wird es darum gehen wie wir in unsere anwendungen externe daten integrieren können die wir über http schnittstellen zum beispiel von öffentlichen apis beziehen dann transformierend vielleicht in entsprechende objekte ich poste gleich der start aber geht keine sorge die wir dann transformieren in irgendwelche objekte die wir innerhalb unserer anwendung verwenden und dann diese informationen auch dazu nutzen um zum beispiel unser user interface zu aktualisieren wir machen das heute ganz konkret an einer kleinen an einer kleinen menser app und das starter paket dazu das finden sie genau hier unter diesem link da sind auch ein paar kommentare drin es gibt auch schon eine kommentierte lösung ich glaube dass der link oben ein bisschen abgeschnitten worden das fixe ich dann gleich später noch aber sie können auf jeden fall das starter paket schon mal herunterladen bevor wir damit loslegen und uns diese menser app dann auch anschauen und schritt für schritt versuchen die daten von seinem externen server über eine http verbindung in unsere anwendung zu integrieren würde ich wieder ein kleines quiz vorschlagen um das was vielleicht aus der letzten woche am wichtigsten war oder was wir vielleicht in der letzten woche im quiz noch nicht so genau besprochen haben noch mal abzufragen ist vielleicht das falsche wort aber in die gelegenheit zu geben noch mal ein bisschen zu prüfen ob sie sich ein paar wichtige begriffe gemerkt haben und auch ob sie vielleicht das ein oder andere das ein oder andere aus den aktuellen folien tatsächlich schon sich angeeignet haben haben sie einen literatur tipp für das erstellen modifizieren von teams meinen sie damit android 7 zu farbschemen oder was genau meinen sie schreiben sie mal kurz rein ja für die ok ich schreibe ihn mal karlas punkt so ich glaube das ist ich hoffe ich habe die richtige url eingegeben nehmen sie einfach diese seite und da werden ihnen farbschemen generiert mit farben die schön zusammenpassen und dann können sie sich die farben zumindest in der entsprechenden xml datei von ihrer android app schon mal speichern und sie können sich dann überlegen welche teile ihrer anwendung sie mit welchen farben gestalten tatsächlich ist es ja auch so dass android ihnen auf seiner abstrakten ebene in diesen teams auch die möglichkeit gibt nicht einzelne farben festzulegen sondern die funktion von einer farbe festzulegen also wenn sie in diesen teams sagen dass es die farbe die primär benutzt werden soll dass es die die sekundär benutzt werden soll dass es die farbe die als textfarbe verwendet wird wenn an einer wichtigen stelle text geschrieben wird dann müssen sie das nur an einer stelle festhalten und android kümmert sich dann darum dass alle user interface elemente button ist die epa etc sich an diese regeln halten also sieming auf der einen seite sowie android das vorsieht das können sie in den guidelines nachlesen und wenn es dann ganz konkret darum geht farben farbschemata zu entwickeln die gut zueinander passen dann schauen sie sich solche sachen an wie zb dieses color sco was so ein generator ist für kompatible farben die entsprechend ästhetischen aber auch anderen gesichtspunkten genügen oder wenn sie es irgendwie anders schauen wollen ich glaube es gibt auch von adobe so einen entsprechenden generator der das gleiche macht aber schauen sie sich solche generatoren an die ihnen passende farbschemata zusammenstellen können wir aber vielleicht auch bei einer anderen gelegenheit gemeinsam mal ausprobieren hier lassen sie jetzt aber direkt mal loslegen mit unserem kleinen quiz und wie immer startet das ich würde jetzt heute auch mal ausprobieren ob wir in der lage sind bevor ich das jetzt starte dieses quiz auch im stream anzuzeigen beziehungsweise in der aufnahme anzuzeigen also geben sie mir ganz kurz einen moment es kann sein dass sich der bildschirm okay das war es leider nichts also wird immer noch so sein dass es kein kein quiz in der aufzeichnung gibt vielleicht schärf ich das im laufe des semesters egal starten wir mal mit unserem kleinen quiz und wir haben uns in der letzten woche mit nebenläufigkeit beschäftigt das wird uns auch durch das ganze semester begleiten und vielleicht erinnern sie sich ja daran was also dieses zentrale begriff in dieser ganzen angelegenheit ist der bereich unserer programme in dem wir dann tatsächlich gegenüber anderen programm parallel oder zumindestens pseudoparallelisiert arbeiten können also haben sich da gemerkt wie dieser begriff heißt und ich glaube das haben sie alle sehr gut sich gemerkt es geht natürlich um dieses reds also diese abgeschlossenen bereiche innerhalb unserer anwendung wenn dort irgendwie eine aktion ausgeführt wird dann ist es zumindest scheint es so so dass diese operation den rest unserer anwendung den am anderen spread abläuft nicht blockiert warum sage ich immer so pseudoparallelisiert oder es scheint so weil sie nicht automatisch davon ausgehen können dass wenn sie jetzt mit irgendeiner programmiersprache ein spread aufmachen gerade in java dass das tatsächlich parallel zeitlich zu anderen sachen abläuft weil am ende immer noch die laufzeit umgebung in java und darüber hinaus dann das betriebssystem entscheidet wie diese threads tatsächlich ablaufen wie die prozesse ablaufen in denen die threads aufgemacht werden und wenn sie irgendwie ein system haben in dem nur eine cpu ist mit nur einem kern ohne irgendwelche hyper threading technologie dann kann eben nur eine sache gleichzeitig passieren auf ihrem system und entsprechend ist das dann immer pseudo parallel gegenüber wirklicher parallelisierung in android haben wir auch solche threads und wir haben in jeder app einen ganz besonderen thread der am anfang für uns erstellt wird und in dem unsere anwendung auch unser user interface erst mal abläuft solange wir nicht bewusst einen anderen thread erstellen vielleicht haben sich da auch gemerkt wie man den bezeichnet es gibt zwei bezeichnungen dafür eine ist hier gesucht und die andere ui thread steht da nicht drin schauen wir mal ob sie sich diese andere bezeichnung auch gemerkt haben und ja das haben sie zum großen teil sich gemerkt ein main thread oder ui thread es ist der für uns wichtiges red bei dem wir oder mit dem wir auch bestimmte dinge beachten müssen und eine sache die wir beachten müssen ist dass dieser thread nicht durch zu aufwändige operationen blockiert wird und wenn wir das aus irgendeinem grund nicht verhindern können dann macht android irgendwas bestimmtes also wenn wir diesen main thread durch eine zu lange operation blockieren dann reagiert android da sehr aggressiv tatsächlich drauf weil unsere app dann auch keine eingaben der nutzer nutzerin mehr verarbeiten kann und was dann passiert ist das was hier gesucht wird und vielleicht haben sie das sich entweder gemerkt oder sie kennen sie schon aus eigenen erfahrungen mit android apps und das ist genau das was sie ausgewählt haben nutzer und nutzerin wird angeboten die app zu schließen das heißt in dem moment wo sie fünf sekunden nicht mehr auf nutzer eingaben reagieren können sagt android ihren nutzern und nutzerinnen schau mal diese app kann offensichtlich deine bedürfnisse nicht mehr befriedigen willst du die nicht lieber schließen und das ist der punkt den wir auf jeden fall verhindern sollten das heißt alles was irgendwie ein bisschen aufwändiger ist und fünf sekunden sind gar nicht so viel wenn man sich das mal überlegt es gibt wahrscheinlich wenig operationen die wir irgendwie innerhalb unserer apps durchmachen oder ausprobieren wollen die an sich rechnen mäßig fünf sekunden dauern aber wenn sie auf irgendwie zum beispiel eine antwort von dem server warten dann kann das einfach länger dauern und dementsprechend lagern wir solche dinge dann aus damit wir genau das verhindern dass nämlich unsere app plötzlich weil sie auf was anderes wartet oder weil sie andere wichtige operationen durchführt nicht mehr auf die eingaben der nutzer und nutzerinnen reagieren können das nennt sich dann application not responding dialog und den haben sie bestimmt schon mal auch außerhalb jetzt von diesem kurs wenn sie android betriebssystem nutzen gesehen dann gehen wir jetzt mal weiter zu den neuen inhalten wir werden uns heute mit http basierten apis beschäftigen also informationsquellen die wir über http anfragen ansteuern können und dabei geistert auch immer so ein begriff rum der eigentlich furchtbar interessant ist der aber manchmal zu unrecht irgendwelchen apis zugeordnet wird ich habe das auch versucht in den folien so ein bisschen richtig zu stellen was sich genau hinter diesem begriff verbirgt und warum man vielleicht nicht jede http schnittstelle damit bezeichnen sollte und vielleicht haben sie ja auch das entweder aus den folien oder aus anderen quellen schon mal gehört die meisten von ihnen haben das zumindest schon mal anscheinend irgendwie als begriff gehört rest ist genau das worauf ich hinaus möchte dieses representational state und für state transfer modell das wichtige grundlage im www ist das auch für viele http apis tatsächlich eine strukturelle grundlage ist aber nicht jede http api also nicht jede informationsquelle die sie über eine http schnittstelle ansteuern können ist automatisch eine rest schnittstelle weil dieses rest prinzip roi fielding 1993 96 aufgestellt das ist ein bisschen mehr als einfach nur ich kann eine http anfrage erstellen und kriege einen jason zurück da geht es um explorierbarkeit von entsprechend dieser api da geht es wirklich darum dass ressourcen auf eine ganz bestimmte art und weise innerhalb dieses systems beschrieben werden in unterschiedlichen repräsentationsform vorliegen können und nicht alles was irgendwie danach ausschaut ist wirklich auch rest wenn sie mal eine kurze knappe aber unglaublich interessante dissertation aus dem bereich der informatik lesen wollen dann schauen sie sich vielleicht mal die arbeit von roi fielding an indem dieses rest prinzip konzipiert worden ist mitte der 90er so dann gibt es so ein daten format das wir ganz häufig verwenden wenn wir wenn wir mit daten arbeiten die vielleicht von so einer http schnittstelle geliefert wird das ist dieses jason format und das hat eine besondere eigenschaft und deshalb wird es auch so häufig verwendet nämlich das kann von bestimmten gruppen relativ gut gelesen werden und vielleicht ist die antwort jetzt relativ offensichtlich aber tun sie mir den gefallen und schauen sie mal was sie da ankreuzen würden wer kann denn so eine jason formatierte datei gut lesen und das sind genau menschen und computer also wir können sowohl als mensch so eine jason datei das ist einfach text der sehr einfachen struktur objekte und deren eigenschaften beschreibt gut lesen und computer können dieses format relativ gut passen also es gibt etliche libraries die das übernehmen und deshalb macht es das zu seinem guten datenaustausch format eine frage habe ich noch wir brauchen wenn wir jetzt in unseren android apps auf bestimmte funktionalitäten zugreifen wollen bestimmte permissions die wir manifest eintragen müssen wenn wir die internetverbindung nutzen möchten dann brauchen wir auch eine bestimmte permissions und die hat einen bestimmten namen und die ist hier oder dieser name ist hier gesucht also wie heißt die permission die wir brauchen um dann jetzt tatsächlich zum beispiel so eine http schnittstelle verwenden zu können und die heißt wenig offensichtlich internet internet nicht wifi sondern internet weil da alle möglichkeiten die ihr android gerät hat auf das internet zuzugreifen und damit auf das www in dem diese http schnittstellen angeboten werden zusammengefasst sind also sowohl die mobile datenverbindung als auch die wifi verbindung als auch wahrscheinlich sowas wie eine lan verbindung also würde ich jetzt nicht ausschließen dass es irgendwelche android geräte gibt die dann entsprechende adapter vielleicht haben mit denen man auch landkabel anschließen kann und wenn sie irgendwas davon verwenden möchten dann nehmen sie diese internet permissions ok schauen wir mal die ergebnisse an diesen vcs root mapping fehler den ignorieren sie einfach habe ich wahrscheinlich was in dem starter paket nicht richtig gemacht oder irgendwelche gitsachen nicht rausgeschmissen also können sie glaube ich einfach ignorieren und wir haben einen neuen gewinner contestant nummer fünf ich weiß nicht was mit black honey heute los ist abgeschlagen auf dem achten platz obwohl die letzten wochen doch so gut gelaufen sind aber da gibt es bestimmt noch eine erholung dann zur nächsten woche und ich bin zuversichtlich dass sie wieder ganz oben mitspielen werden aber herzlichen glückwunsch an alle teilnehmer teilnehmerinnen und an contestant nummer fünf für den sieg können gerne auch noch mal im chat klatschen und wir beenden aber dieses spiel und widmen uns dem ernst des lebens und beschäftigen uns jetzt mit dieser mensa app die wir heute implementieren werden ich habe ein bisschen was vorbereitet um ihnen kurz zu zeigen was wir vorhaben und ich würde einfach kurz diese folien mit ihnen durch gehen das ist die app die wir heute bauen werden links sehen sie einen screenshot ist einfach wenn dies relativ einfach aufgebaut wir haben so einen auswahl dialog da zeige ich ihnen gleich noch wie man den implementiert für die einzelnen wochentagen und die informationen die speisen dies an diesem tag dann in der uni mensa gibt das ist jetzt nur für regensburg die die relevanten informationen also sie an anderen universität sind müssen sie vielleicht mal schauen ob sie auch irgendwie diese daten in einem entsprechend ähnlichen format bekommen dann könnten sie sich auch eine eigene app für ihre mensa bauen weil sie überhaupt irgendwie regelmäßig der moment hingehen und diese informationen die beziehen wir über eine http schnittstelle dann wandeln wir die um in objekte die wir innerhalb unserer anwendung verwenden können und zeigen die dann wieder in einem recycler view in form von solchen einzelnen cards material design dann tatsächlich an es ist relativ unspektakulär dieses user interface weil es heute auch nicht darum geht irgendwie eine besonders schöne app zu bauen sondern es geht darum eine app zu bauen anhand derer wir diese kommunikation mit einer http schnittstelle gut nachvollziehen können was wir uns entschuldigung in diesem zusammenhang anschauen werden ist einmal ganz allgemein diese verwendung von solchen http apis wir werden uns die einfachste möglichkeit anschauen wie wir innerhalb von einer android app auf so eine ganz klassische http api zugreifen nämlich die verwendung von dem volley framework das ganz ganz viel von der eigentlichen http kommunikation für uns abstrahiert dann schauen wir uns an wie wir die informationen die wir vom server bekommen die jason formatiert sind in objekte umwandeln die wir dann tatsächlich in unserer anwendung auch verwenden werden also eine mapping von jason informationen auf instanzen von klassen die wir zur eigentlichen datenrepräsentation vorbereitet haben und wir werden an der einen oder anderen stelle vielleicht auch noch mal auf so ein übergeordnetes thema nämlich enums zu sprechen kommen die ja eigentlich immer relevant sind war dieses problem mit dem starter paket wo gerade im chat über geredet wird haben haben das andere leute auch können wir ganz kurz schreiben in den chat ob das das mehrere leute betrifft im zweifelsfall schauen sie mal ob ob da vielleicht irgendwie so ein punkt git ordner drin ist in denen sie also eigentlich können sie das ignorieren wenn da jetzt irgendwie die app nicht startet müsste das eigentlich ein anderes problem sein vielleicht kann das auch noch mal jemand bestätigen ob wenn man diesen fehler ignoriert die app gestartet werden kann okay also dann dann liegt wahrscheinlich woanders rein ich werde mir das mal anschauen dann kann ich in zukunft vielleicht irgendwie das noch bereinigen dieses starter paket sodass dann die probleme vielleicht ein bisschen weniger werden aber wenn es die app nicht startet dann liegt es vielleicht auch an irgendwas anderem also probieren sie mal aus ob sie die app zum starten bekommen und sonst müssen sie ins blaue hinein mit programmieren und wir kümmern uns später darum dass wir noch mal ein richtiges starter paket bereitstellen das sind die themen die wir uns anschauen werden und das user interface vielleicht nur ganz kurz damit sie das so ein bisschen einordnen können wird aufgebaut sein aus oben diesem reiter in dem die wochentage ausgewählt werden das ist ein material design ui element tab layout heißt das das ist relativ einfach zu erklären das ist nichts was direkt in android integriert ist da muss man eine entsprechende entsprechende library noch ergänzen über die gradle datei mit der man auf weitere oder zusätzliche material komponenten zugreifen kann das ist ja diese design sprache von android und was dieses tab layout eigentlich nur macht ist jetzt in unserem fall fünf buttons nebeneinander anzuzeigen die die nutzer nutzerin auswählen können wir werden darüber informiert welches element ausgewählt worden ist und android kümmert sich dann darum dass dieses ausgewählte element auch immer auf eine spezielle art und weise dargestellt wird also darum müssen wir nichts machen also eigentlich ist es nur sind es nur fünf button nebeneinander und android kümmert sich darum dass die nebeneinander dargestellt werden dass die unterschiedliche zustände dargestellt werden und die inhalte von unserem speiseplan die stellen wir wieder in einem recycler view da und dort werden die durch card views dargestellt ist ja auch diese material komponente mit der man informationen oder eine liste eine menge von informationen die gleich strukturiert sind innerhalb von der android app darstellen soll und deshalb verwenden wir das hier weil es ja hier auch genau solche informationen sind so eine liste von sehr ähnlich strukturierten speisen da unterscheidet sie eigentlich nur der name und die kategorie voneinander als ob es eine beilage ein hauptgericht oder sowas ist und dementsprechend ist dieses card view vielleicht wieder eine gute wahl das ganze user interface ist auch vorbereitet in dem starter paket das heißt wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf den datenteil und implementieren dann ganz am ende nun ganz ganz einfachen recycler adapter und view holder und das ganze zu verbinden aber die layouts auch dieses tab layout und die listener die man dafür braucht sind vorbereitet was wesentlich interessanter ist als irgendwie das user interface ist sich jetzt mal anzuschauen bevor wir implementieren wie denn diese informationen die in dieser anwendung angezeigt werden durch diese anwendung fließen gehen dann mal ganz kurz 1 einmal zurück zu diesem user interface was sie da ganz am ende sehen sind ja user interface elemente solche card views da steht jetzt hauptgericht und kartoffel gemüse puffer mit tzatziki das ist sind zwei texte die da angezeigt werden und die repräsentieren eins der hauptgerichte dass sie wenn sie jetzt heute an die uni menser gehen oder sich das essen da bestellen essen können und diese information die kommt von einem server als jason also als text information kommt eine lange liste mit den gerichten ist jetzt am freitag oder sitzt screenshot von gestern am donnerstag in der uni menser gegeben hätte und diese textinformation dieses jason informiert diese jason formatierte informationseinheit die wird irgendwie innerhalb unserer anwendung so prozessiert und verarbeitet das ganz am ende dieser card view steht in dem diese inhalte angezeigt werden also irgendwie von einem server der irgendwo an der uni steht bis zu ihrer android app auf ebene des user interfaces scheint es irgendwie einen weg dieser information zu geben bis dann tatsächlich die nutzer nutzerin das rezipieren können und den werden müssen wir uns mal anschauen damit wir verstehen was wir eigentlich hier tun ich habe mal versucht an den den weg dieser informationseinheit also es gibt irgendwie ein bestimmtes gericht zu essen innerhalb an einem bestimmten tag durch diese app aufzuzeichnen und schauen wir uns erstmal an durch was für ebenen diese diese information läuft die liegt jason formatiert oder auf dem server wird sie als jason für uns zusammengestellt klammer auf das ist auch eine der eigenschaften die eine rest api ausmacht dass wir auf grund oder auf basis der antwort die wir halten nicht automatisch darauf schließen können wie diese information auf dem server tatsächlich abgelegt wird ist der unterschied zwischen repräsentation das ist das jason was wir bekommen und der eigentlichen ressource die vielleicht in der datenbank liegt oder die irgendjemand jedes mal wenn sie den server anfragen händisch irgendwie zusammensucht kann ja alles mehr oder weniger realistisch denkbar sein aber in unserem fall kriegen wir so einen jason zurück und die information die durch dieses jason repräsentiert wird die liegt auf diesem server und von da holen wir uns die in die app rein in die datenschicht unsere anwendung wenn sie so ein bisschen langsam in diese richtung model view controller denken wollen ist dass das model das die in sind die informationen die für den für den logik teil unserer anwendung relevant sind gehalten der zustand unserer anwendung wird da abgebildet und da wird auch diese informationen dass es eine bestimmte speise an einem bestimmten tag gibt irgendwo abgebildet werden dann haben wir die activity die hält alles zusammen sowohl die datenschicht als auch den rest der teil agiert er so ein bisschen als mediator und ganz am ende haben wir das user interface also die eigentlichen ui komponenten in denen die informationen dann für die nutzer nutzerin sichtbar angezeigt werden das ist wenn sie in richtung mvc denken der view also der teil den die leute tatsächlich sehen und durch diese vier ebenen wird jetzt unsere information wandern es fängt damit an mit dieser rest api oder ich habe die api selber geschrieben und ich würde jetzt eigentlich nicht mehr sagen dass das eine rest api sondern es ist eine http api darüber können wir die speisepläne einzelner tage anfordern über spezielle urls und da kriegen wir dann in jason zurück was ungefähr so ausschaut oder so zumindestens beginnt das ist irgendwie der 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 erste teil für den für den speiseplan von dem mittwoch dieser woche glaube ich also die erste den ersten eintrag die erste speise dieser mittwoch in der unimense gegeben hat und das ist wenn es vom server kommt eine text information die in diesem jason format vorliegt und die erste stelle in unserer anwendung die was damit zu tun bekommt ist eine klasse die wir implementieren werden die heißt weekly manual request und die kümmert sich darum dass unter zur hilfenahme von dem voli framework diese jason jason formatierten daten vom server bezogen werden also wir holen uns an dieser stelle die information über den speiseplan in unsere app und wir bekommen die als jason text und wir wandeln die um in ein jason objekt das ist schon ein java objekt dass die gesamten informationen die in diesem jason drin stehen repräsentiert also eigentlich ein großes java objekt indem wir auf die einzelnen eigenschaften des jason also name day category labels coast und so weiter zugreifen können es ist noch kein von uns selber erstelltes objekt mit irgendwie einer wohl definierten struktur sondern es ist einfach nur eine java repräsentation von diesem jason das geht in den data provider das ist die stelle die die informationen über den speiseplan innerhalb unserer anwendung für andere anwendung bereitstellt für andere teile der anwendung bereitstellt wenn wir an der stelle diese information nach außen oder an andere stellen unsere anwendung weitergeben möchten möchten wir das nicht mehr mit so einem generischen jason objekt machen sondern die anderen leute sollen die anderen stellen sollen ganz genau wissen mit was sie zu tun haben und deshalb erstellen wir instanzen von einer eigenen klasse wir überlegen uns welche informationen von einem speiseplan eintrag wir innerhalb dieser anwendung tatsächlich brauchen und die sammeln wir als eigenschaften von objekten der klasse mensa tisch dann wird aus diesem jason objekt was wir schon in der ersten phase unserer anwendung aus dem text jason generiert haben ein richtiges java objekt in anführungsstrichen nämlich eine instanz der klasse mensa tisch mit dem wir jetzt im weiteren verlauf unserer anwendung diese informationen repräsentieren die main activity und die holt sich immer von diesem data provider die speisen als mensa tisch also als er ist zum beispiel vom typen mensa tisch die an dem tag relevant sind die der nutzer oder die nutzerin gerade aktuelle ausgewählt hat also die nutzerin nehmen dieses tablayout klicken auf montag drauf dann fragt die activity im data provider gibt mir doch mal die speisen für den montag und was zurückkommt sind jetzt objekte vom typen mensa tisch dann müssen die angezeigt werden und die activity über gibt erstmal diese mensa tisch objekte an das user interface an den adapter der die entsprechende recycler view das entsprechende recycler view anbindet und auf der ebene sind wir immer noch bei mensa tisch objekten also wir haben aus dem jason jason objects gemacht für den rest unserer anwendung haben wir die umgewandelt in mensa tisch objekte die speziell einen speiseplan eintragen und der adapter hat jetzt eine ganze liste von solchen mensa tisch objekten davon übergibt er immer eins an einen view holder das ist diese klasse oder sind objekte der klasse mensa data view holder die wir implementieren die einen einzelnen eintrag aus diesem adapter für das angeschlossene recycler view aufbereiten also wir sind immer noch auf dieser objektebene mensa tisch und was der view holder dann macht ist er stellt ein richtiges view also ein user interface element und trägt dort die eigenschaften aus dieser mensa tisch klasse ein und dann sind wir auf der ebene wo wir tatsächlich was sehen und jetzt können sie nachvollziehen wenn sie irgendwie diesen gelben pfeilen folgen wie diese information die ursprünglich vom server kommt und dort als jason text zurückgegeben wird den weg durch unsere anwendung nimmt und ganz am ende dann tatsächlich auf der user interface ebene als view angezeigt wird das versuchen wir jetzt mal um umzusetzen und wir versuchen mal bei der implementierung diesen wechsel der repräsentationsform der information an zu beizubehalten also denken sie daran dass was am ende angezeigt wird ist auf irgendeine art und weise das gleiche was vom server kommt nur wir wandeln das die ganze zeit um in unterschiedliche repräsentationen weil wir an verschiedenen stellen was anderes brauchen also unser mensa data adapter kann nicht mit jason umgehen der braucht ein richtiges objekt was er verwenden kann deshalb wandeln wir das jason object was wir vom weekly menu request bekommen in ein mensa tisch um und ein jason objekt ist auch schon eine abstraktion oder eine nicht eine abstraktion sondern konkretisierung von diesem reinen textformat was wir vom server bekommen das so ein bisschen nachvollziehbar und ist ihnen klar dass diese diese information die wir jetzt vom server uns holen offensichtlich in der anwendung ein paar mal ihre gestalt wechseln muss damit das ganze funktioniert also schreiben sie mal ganz kurz ja nein in den chat rein ob das so halbwegs klar ist oder ob es verständlich ist ok dann starten wir mal mit der implementierung ich wechsel mal schnell in mein intellij vielleicht noch auch noch ein kommentar zu dem zu dem hinweis so geld grundsätzlich ist es wahrscheinlich nicht verkehrt sich gedanken zu machen dass man solche sachen die man dann von einem server bekommt auch abspeichert ich weiß nicht ob das in jeder in jedem nutzungsszenario relevant wäre ich könnte mir vorstellen dass es in dieser app vielleicht gar nicht so blöd wäre diese diese information über den speiseplan vielleicht irgendwo abzuspeichern ich weiß nicht ob ich es in einer datenbank machen möchte oder würde ich glaube da gibt es einfachere lösungen aber wenn sie sich mal überlegen diese speisepläne die werden sich wahrscheinlich maximal einmal in der woche ändern das heißt sie können relativ sicher sein dass wenn sie am montag die app was fragen und am dienstag noch mal den server fragen und am dienstag noch mal kriegen sie wahrscheinlich die gleiche antwort ich glaube nicht dass das studentenwerk irgendwie tagesaktuell die speisepläne ändert oder dann auf den server überträgt von daher wird es wahrscheinlich sogar sinn machen weil wenn sie dann mal keine internetverbindung haben dann sind die daten die sie beim letzten mal bezogen haben wahrscheinlich immer noch gut also was sie sich überlegen müssen bei solchen bei solchen konzepten ist kann ich es mir erlauben die information die ich vom server bekommen habe zu einem an einem vorherigen zeitpunkt immer noch in meiner app zu verwenden wenn ich die gerade nicht aktualisieren kann und bei seinem speiseplan würde ich sagen unter gewissen umständen ist das in ordnung werden wir jetzt nicht machen muss man vielleicht noch mal ein bisschen genauer darüber nachdenken aber so die idee an sich ist ist gar nicht so blöd nur ich würde es vielleicht nicht mit einer datenbank machen sondern ich würde mir vielleicht einfach diesen json string den sie da zurückbekommen irgendwo in einer einfacheren art und weise abspeichern es gibt ja solche möglichkeiten shared preferences vielleicht einfach eine text datei so eine cache datei auf der sd karte und dann könnten sie immer wenn sie nichts vom server zurückbekommen mit dem letzten json string die gleiche art und weise verwenden genau das ist noch ein guter hinweis ganz viele gute hinweise kommen wir gar nicht zum programmieren wenn wenn sie irgendwelche informationen anzeigen die aus dem internet kommen dass dem ww dann ist es eine sehr gute idee zu sagen wie aktuell diese informationen sind und wenn man jetzt noch ein bisschen weiter drin einsteigt also das ist jetzt eine nutzerperspektive irgendwie so ein hinweis die daten wurden zuletzt am xy aktualisiert aktuell ist keine aktualisierung not möglich alles super können wir nicht machen weil es den rahmen bisschen so sprengt wenn sie eine richtige api verwenden die gut konfiguriert ist dann erhalten sie vom server auch die informationen mit denen sie so was steuern können also ein guter http api sagt ihnen zum beispiel ob es legitim wäre die daten lokal zu cashen sind dann solche header informationen in der http antwort da sagt ihnen der server okay meine daten die ändern sich gar nicht so häufig wenn es für dich okay ist dann speichert die einfach irgendwie ab und nerv mich nicht ständig durch neue anfragen irgendwie den tag lang oder so sind die meistens aktuell oder der server sagt ihnen auch inner das ist auch wieder ein wichtiges charakteristika von einer rest schnittstelle dass diese möglichkeiten bestehen der server sagt ihnen diese daten sind so wichtig und die können sich so häufig ändern dass du dir auf keinen fall cashen darfst wenn du irgendwie eine neue wenn du irgendwie nochmal was mit diesen daten machst dann frag mich bitte immer nach den aktuellen varianten sind ja auch denkbare situation dass ich auf dem server die daten so häufig ändern dass das relevant wäre vielleicht müssen wir mal extra streams machen indem wir uns nur über solche sachen unterhalten lassen sie uns aber lieber mit dem weitermachen was wir eigentlich vorhaben und ich würde gerne damit starten dass wir ganz kurz über den code rüber schauen der ist im moment wenig spektakulär ich habe diese main activity vorbereitet sehen auch dass die app schon ausgeführt wird ich habe ein layout vorbereitet der recycler view ist aktuell nicht sichtbar hier oben ist dieser tab dieses tab layout für die auswahl der verschiedenen wochentage ich habe hier unten noch einen kleinen text view angezeigt und das war es auch schon was ich in der activity vorbereitet habe ist dass ich auf dieses tab layout zugreife das ist hier an dieser stelle in der in die ui methode der fall das day selector das ist eine tab layout den selektiere ich mir und ich registriere einen event listener der mich darüber informiert wenn einer dieser wochentage ausgewählt wird das sehen sie hier auch schon im log cat dass da immer wenn ich ein element auswähle so eine kleine meldung kommt das ist diese stelle an der ich das abfangen also ich werde schon informiert wenn die nutzer nutzerinnen eines dieser elemente auswählen um die gestaltung muss ich mich nicht kümmern das macht android ich kriege immer nur mit es wurde jetzt der erste der zweite der dritte der vierte der fünfte eintrag ausgewählt und die tatsache dass jetzt hier diese label stehen montag dienstag mittwoch donnerstag freitag das ist dem geschuldet dass ich in der layout datei hier in diesem tab layout diese tab items angelegt habe das sind diese einzelnen elemente und da habe ich dann immer einen text eingetragen als label montag dienstag und so weiter mehr habe ich noch nicht vorbereitet ich habe schon mal ein layout stimmt nicht ganz ich habe schon mal ein layout vorbereitet für unsere einträge in dem speiseplan dieses card view aber mehr ist jetzt tatsächlich noch nicht drin ich habe im manifest glaube ich schon die mischen habe ich schon eingetragen das heißt wir können jetzt dann auch in zukunft aufs internet zugreifen aber alles andere müssen wir jetzt selber implementieren und ich würde gerne damit anfangen dass ich bevor ich mich mit dem internet beschäftige und bevor ich mich mit dem user interface beschäftige erstmal in meiner eigenen anwendung eine klasse schaffe mit der ich diese zentrale informationseinheit die für mich in der anwendung relevant ist und das ist ein speiseplan eintrag durch eine klasse abbilde also geht es erstmal ganz klassisch um java objekt modellierung wenn wir schreiben und gemeinsam eine klasse die einen einzelnen speiseplan eintrag innerhalb unserer anwendung repräsentieren soll das ist auf der ebene ist es möglich als nicht eingeschriebener diese projekte ja können sie gerne machen also vielleicht kann doch immer jemand den link posten das sind frei verfügbare inhalte klappt da kommt jetzt bestimmt gleich genau da kommt im chat noch mal das und vielleicht kann irgendjemand von den von den tutoren vielleicht mal versuchen auch die lösungen zu posten da habe ich ja den falschen link gerade reingehauen master branch als zip download wäre super was wir jetzt machen ist wir überlegen uns was macht irgendwie so einen speiseplan eintrag aus und vielleicht schadet es da nicht dass wir mal einen kurzen blick auf das werfen was wir so von dieser api zurückbekommen und ich habe das mal im browser aufgemacht so schaut das aus das ist ein jason sie sehen wenn sie sich ein bisschen auskennen mit http oder rest api ist offensichtlich ist dieser server nicht so super konfiguriert weil der sagt dem browser nicht dass es sich um den jason handelt sonst wird das ein bisschen schöner formatiert werden aber das ist der der inhalt den sie zurück bekommen wenn sie für den heutigen tag über diese url hier die informationen von unserer api anfordern würden was steht da drin das ist ein array ein jason array also eine menge von objekten einzelne objekte sind immer durch diese geschweiften klammern gekennzeichnet ein objekt kann aus primitiven eigenschaften wie texten oder auch numerischen werten bestehen oder auch selber wieder ein eigenes objekt wie zum beispiel bei den kosten die für studenten mitarbeiter und gäste einzeln aufgelistet sind bestehen oder hier sehen sie dann so ein beispiel dafür dass dann numerischer wert hinter steht hinter der id für dieses gericht und das sind die informationen mit denen wir arbeiten das heißt ich überlege mir jetzt welche dieser inhalte sind für meine anwendung relevant und ich muss wissen in meiner anwendung an welchem tag wird diese speise angeboten wie heißt die speise und zu was für einer kategorie gehört die weil das sind die einzigen informationen die im user interface relevant sind da habe ich ja nur die auswahlliste der tage ich zeige an wie das gericht heißt und ich zeige an an welchem tag das angeboten wird der rest dieser informationen ist zumindest in meiner implementierung nicht wichtig sie können ja gerne das noch erweitern und dann vielleicht auch die kosten anzeigen sich ein bisschen damit beschäftigen was diese labels bedeuten steht für wahrscheinlich vegan und vegetarisch und da gibt es wahrscheinlich noch andere sachen mit irgendwie zusatzstoffen oder so könnten sie alles irgendwie einbauen wenn sie das gerne machen würden wir beschränken uns aber auf den teil den wir in unserer implementierung brauchen das ist name tag und kategorie und das bauen wir jetzt ganz basic in java nach ich fange an legen neues paket an neues package in meinem code data vielleicht und da drin eine neue klasse mensa dish habe ich dir jetzt genannt weiß nicht ob das irgendwie so ein super cooler name ist vielleicht ist auch nur dish gut oder food item weiß ich ich mache es jetzt mal mit mensa dish weil das auch in dem lösungsvorschlag drin steht wenn ihnen was besseres einfällt gerne einfach dann ihren code entsprechend ändern und das ist eine ganz einfache java klasse die macht nicht spektakuläres die bildet vielleicht sogar als immutable weil sich wenn wir die einmal vom speiseplan von der api bezogen haben diese daten innerhalb der app auch nicht ändern werden so einen einzelnen eintrag in unserem speiseplan ab zum beispiel mit einem namen und einem wochentag und einem einer kategorie und jetzt fängt schon an und wie bilden wir den wochentag ab und wie bilden wir die kategorie ab haben sie vorschläge für datentypen für diese beiden elemente kategorie und wochentag also wie ich den namen von so einem sehr schön ich weiß nicht ob das jetzt irgendwie mein bias über die über die folien ist oder ob ich sie schon auch so vertraut mit enums gemacht habe dass sie die auch so toll finden dass sie die am liebsten überall benutzen möchten ich würde auch gerne überall in muss benutzen und das machen wir jetzt auch wir bilden diese beiden bereiche oder diese beiden eigenschaften wochentag und kategorie durch enums ab auch deshalb weil oder nicht nur auch deshalb sondern vor allem deshalb weil das ja abgeschlossene mengen von möglichkeiten sind und enum ist immer super wenn sie verschiedene zustände oder optionen oder möglichkeiten haben die eine bestimmte eine bestimmte eigenschaft haben kann oder werte die eine bestimmte eigenschaft haben kann und die verwenden wir jetzt ja es gibt in java auch day klassen es gibt in java sogar einen enum mit dem wir einfach nur die wochentage präzisieren können wir wir wollen auf der einen seite so wie es gerade im chat gesagt worden ist wirklich nur die wochentage an sich also wirklich nur diese information montag freitag donnerstag und so weiter abbilden nicht einen bestimmten wochentag nicht den 28 mai oder so und warum ich den nicht vorgefertigte enums verwende day of week enum genau ist weil wir die noch ein bisschen erweitern werden also sehen sie jetzt bei der kategorie ist es noch relativ unproblematisch das zu motivieren warum wir ein eigenes enum wählen wir nehmen nicht das day of week enum aus dem aus diesem ganzen java time zeugs weil wir das noch ein bisschen erweitern werden also bleiben sie da mal bei mir dann sehen sie vielleicht warum es gar nicht so blöd ist ein eigenes enum zu machen aber fangen wir mal mit der kategorie an die ist wahrscheinlich am wenigsten fragwürdig wenn wir das in einem eigenen enum abbilden ich mache eine neue klasse oder neues enum in dem fall natürlich die nenne ich category und da zähle ich jetzt einfach mal auf und was wir so an kategorien haben hauptgerichte beilagen und vielleicht sowas wie ein dessert fertig wäre das enum ist jetzt vielleicht nicht so toll wir können ja in dem enum noch wesentlich mehr informationen abspeichern das sind ja so kleine mini klassen das heißt wir könnten zum beispiel sagen wenn ich jetzt diesen eintrag main in diesem enum habe in dieser enumeration der ein hauptgericht repräsentiert und ich irgendwo in meiner app dieses konzept von einem hauptgericht vielleicht im user interface anzeigen möchte dann brauche ich einen text und dann möchte ich vielleicht nicht main anzeigen weil das niemand versteht und ich möchte auch nicht vielleicht dieses label hauptgericht irgendwo anders in meiner app abbilden in einer ressourcen datei und dann nochmal nachträglich diesem enum zuordnen sondern ich möchte jetzt sagen dieser enum wert der hat eine zusätzliche information nämlich ein label mit dem es nach außen repräsentiert werden kann und das kann ich in java ganz einfach machen indem ich eine eigenschaft anlege enums sind nichts anderes als sehr sehr einfache klassen ist gar nicht richtig weil die können alles was klassen auch können von daher sind sie einfach nur klassen die noch einen twist haben nämlich dass man die ausprägung durch diese aufzählung der möglichen werte einschränken kann aber wir können jetzt einfach sagen unser enum hat ein zusätzliches label public final string label wir können dem enum ein konstruktor geben category der ist immer public bei einem enum das heißt da können wir uns den zugriffs modifikator sparen und wir sagen jeder enum wert wird mit so einem label initialisiert das dann dieser finalen eigenschaft zugeordnet wird damit das jetzt funktioniert muss ich hier in der auflistung von meiner kategorie noch jeweils ein label ergänzen denn diese liste die sie da machen ist nichts anderes als ein versteckter konstruktor aufruf nee wir brauchen keinen getter und kein private weil das ändert sich ja nicht das mache ich einfach final wenn sie möchten können sie auch in getter machen sehe ich jetzt aber keine notwendigkeit weil dieser wert ändert sich niemals dieses label deshalb final und dann kann ich auch direkt über die eigenschaft darauf zugreifen also wie gesagt können sie aber auch anders machen also sie können im enum auch den getter geben ich jetzt mache es ich schreibe hier noch was schönes rein also beilage und weiß nicht ob sie lieber dessert oder nachtisch schreiben möchten können wir beides nehmen oder können sich für eins entscheiden das ist das label was wir mit dieser kategorie verbinden und dann haben wir eine möglichkeit damit jetzt kategorien innerhalb unseres speiseplans oder für eine bestimmte speise innerhalb unserer anwendung genauer zu spezifizieren und ich nehme dieses main site und dessert oder nachtisch weil ich weiß dass das die bereiche sind oder die kategorien sind die auch in dem jason drinstehen die und das wir von dem server bekommen müssen später vielleicht nochmal zu diesem enum zurückschauen und das ein bisschen erweitern wenn wir uns dann damit beschäftigen was wir wirklich vom server zurück bekommen aber erstmal passt das so würde ich sagen also wir können jetzt die kategorie von einem eintrag unseres speiseplans hinsichtlich dieser drei möglichkeiten genauer beschreiben und damit können wir zurückkehren zu unserem menserdisch und können das jetzt erweitern und sagen neben dem namen hat das ganze auch vielleicht eine kategorie und auch die ist feinde die ändert sich nicht nachdem dieser man dieses menserdisch einmal erstellt worden ist also wir haben jetzt zwei von drei elementen unseres unseres menserdisches unseres speiseplan eintrags abgebildet nämlich den namen und der kategorie was fehlt noch fehlt noch die möglichkeiten wochentag dem ganzen zuzuordnen und jetzt wird es vielleicht ein bisschen schwieriger zu sagen warum ich ein eigenes enum machen möchte es gibt ein enum können das auch mal ich kann ihnen das kurz zeigen es gibt ein enum was genau das macht was wir jetzt eigentlich machen wollen also public file day of week heißt es das ist ein enum das in dem java util paket drin ist und das repräsentiert einen wochentag nicht einen spezifischen tag zu einem bestimmten datum sondern einfach nur diese information montag dienstag mittwoch und so weiter und das könnten wir verwenden wenn es uns nur darum gehen würde dieses diese information in unserer anwendung zu repräsentieren ich möchte aber mit diesem wochentag in meiner anwendung hier noch eine zusätzliche information abbilden denn ich weiß dass diese wochentage in der api in dem jason auf eine bestimmte art und weise dargestellt werden das nämlich immer so ein kürzel dabei mo di für dienstag mi für mittwoch und so weiter und diese information möchte ich genauso wie ich dieses label an die kategorie gebunden habe gerne in meinem enum abbilden ich würde auch gerne später noch ein paar komfort funktionen in diese enums generieren um zum beispiel den aktuellen wochentag also bin ich gerade an einem montag an einem dienstag oder so weiter auszulesen damit ich weiß welchen tag ich zum beispiel beim starten der app initial anzeigen soll deshalb also auch wenn es dieses wunderbare enum gibt sehr guter hinweis übrigens dass es das gibt aus dem chat würde ich jetzt an der basis von dem existierenden enum was wahrscheinlich die bessere wahl wäre aber wir trainieren vielleicht einfach mal mit einem einfachen fall dass wir die enums quasi auf der grünen wiese erstellen also mein enum heißt weekday und da speichere ich mir ein montag rein einen dienstag rein einen day was ich immer falsch schreibe einen donnerstag rein und einen freitag rein wird sogar vielleicht noch ein bisschen das ist schöner es wird vielleicht noch ein bisschen leichter für mich zu argumentieren warum wir unseren eigenes enum schreiben day of week beinhaltet auch das wochenende bei uns an der woche am wochenende hat die mensa zu sind nur die werktage tatsächlich relevant ist gar nicht wie man werktag korrekt ins englische übersetzt ich weiß nicht ob man der weekday sagt aber ist jetzt mein vorschlag dafür das sind die wochentage die für uns relevant sind und wie angekündigt würde ich gerne eine zusätzliche information in dem enum wieder abbilden und das ist diesen short name für jeden wochentag das ist der dass das kürzel mit dem dieser wochentag in den jason informationen public final string short name das ist der das kürzel mit dem ein bestimmter wochentag innerhalb von der antwort unseres http servers repräsentiert wird und den ordnen wir wieder im konstruktor jedem enum wert zu und müssen dann natürlich daran denken dass wir in der auflistung der enum werte auch die entsprechenden kürzel das sind jetzt einfach die frage ich ihnen gerade schon gesagt mittwoch donnerstag und freitag das das sind die kürzel mit denen wir in der api response diese wochentage dann am ende repräsentieren oder an dem die repräsentiert werden indem die repräsentiert werden und die wir dann auch verwenden können um später aus einem dieser short names den richtigen enum wert herauszulesen auf einer skala von 1 bis 5 1 habe ich noch nie gehört 5 habe ich alles schon gewusst wie sind so ihre erfahrungen mit dem einsatz von enums auf diesem level schreiben sie meinen chat rein also war das jetzt nur wiederholung oder war das eine sinnvolle wiederholung weil sie ein paar sachen schon vergessen haben also ich kann ihnen echt enums nur ich habe es im ganzen winter glaube ich auch ganz häufig im op-kurs gemacht ans herz legen das ist eine sehr sehr gute möglichkeit wie sie so abgeschlossene bereiche oder informationsbereiche optionen zustände etc sehr leicht abbilden können und sie können eben aufbauend aus diesen ganz einfachen auf diese ganz einfachen idee dass so ein enum eine reihe von zuständen oder möglichkeiten abbildet darüber dass das eben klassen sind am ende auch noch viele weitere informationen mit diesen mit dieser singulären information eines zustands kombinieren ok fügen wir das auch mal in unserem mensa dish dann tatsächlich ein also wir haben jetzt unseren namen für das gericht wir haben unsere kategorie und wir haben natürlich jetzt auch noch einen wochentag und die eigenschaften den wir vielleicht von day auch hier wieder ist alles öffentlich und feine ich möchte das objekt so einfach wie möglich halten das wird so eine immutable werden ich setze die elemente einmal wenn ich das element oder das objekt erzeuge im konstruktor und danach kann jeder der möchte diese information auslesen aber nicht mehr verändern was dann auch zur folge hat dass wir relativ sicher dieses oder instanzen dieses objektes innerhalb unserer anwendung rumreichen können dann schreiben wir uns einen einfachen konstruktor bin mir nicht sicher ob der am ende da auch so verwendet wird weil wir diese elemente eigentlich nur immer dann erzeugen wenn wir die aus dem jason aufbauen aber es schadet wahrscheinlich nicht vor allem weil dann diese fehlermeldungen verschwinden vielleicht einen einfachen konstruktor zu ergänzen also ein name ein kategorie und ein weekday einfach so dass wir parameter genauso benennen wie die eigenschaften damit ist unser objekt wenn ich das richtig mache so damit ist unser objekt damit ist unser objekt für das abspeichern eines einzelnen eintrags in unserem speiseplan fertig also vielleicht noch nicht hundertprozentig fertig weil wir bestimmt noch das ein oder andere ändern müssen aber wir haben jetzt irgendwie eine zielvorstellung so sollen die objekte ausschauen die in unserer anwendung am ende angezeigt werden also alle speiseplandaten die am ende im user interface angezeigt werden werden am ende wahrscheinlich oder werden auf jeden fall innerhalb der anwendung durch so einen einzelnen eintrag abgebildet durch eine instanz abgebildet werden wir programmieren gerade eine mensa app für die uni regensburg im rahmen von einem vhb kurs virtuelle hochschule bayern in dem es um android entwicklung geht also wenn sie lust haben einfach da bleiben und gerne auch im chat beteiligen der nächste schritt nachdem wir jetzt wissen wie wir diese informationen innerhalb unserer anwendung abbilden können nämlich mit diesem objekt hier oder mit instanzen von dieser klasse ist es sich die jason informationen von dem server zu holen das heißt wir müssen jetzt diese eigentliche http anfrage erstellen und müssen die dann umwandeln in ganz viele von diesen objekten damit der rest von unserer anwendung was damit anfangen kann das heißt unsere nächste aufgabe ist es diesen http request zu erstellen also eine anfrage an den server zu stellen die jason antwort abzuwarten und die dann zu transformieren die inhalte rauslesen und damit neue mensage objekte zu erstellen wenn wir so eine anfrage an den server stellen dann schadet es nicht vielleicht diesen prozess charakter der da jetzt passiert weil ich mache irgendwas ich stelle eine anfrage an einen server stelle sogar mehrere anfragen jetzt in unserem fall weil wir bei dieser api die speisepläne für die einzelnen wochentage durch einzelne requests abfragen müssen das vielleicht irgendwie auch auf code ebene durch entsprechende klassen abzubilden also das konzept ist ja wir wir haben jetzt eine eine aufgabe wir haben ein informationsbedürfnis ein request den wir an diesen server stellen und er beantwortet werden soll mit diesen jason formatierten daten die uns auskunft darüber geben was es denn jetzt an den ganzen wochentagen zu essen gibt in der mensa wenn wir sowas haben dann überlegen wir uns wie wir das irgendwie in der anwendung modellieren können wir werden vielleicht am ende irgendwie so eine zentrale komponente haben die diese ganze information an sich für den rest der anwendung bereitstellt aber was wir jetzt erstmal brauchen ist eine klasse die eine einzelne anfrage an den server repräsentiert oder die diesen vorgang dass wir vom server das jason holen in sich kapselt und dort dann uns die möglichkeit gibt das an einem geschlossenen ort innerhalb unserer anwendung zu implementieren das heißt was ich jetzt als nächstes mache ist es ist eine klasse zu schreiben die diese kommunikation mit dem server kapselt ich möchte der dann sagen bitte starte die kommunikation mit dem server und gib mir bescheid wenn du alle jason objekte die für diese woche relevant sind erhalten hast das ist jetzt der vorgang den wir kapseln wollen und vielleicht erstellen wir ein neues paket in diesem data package das nennen wir api weil da geht jetzt um die und die verwendung von dieser mensch api und unsere klasse die wir erstellen die können wir vielleicht nennen weekly menu request darin möchte ich jetzt die diesen ganzen vorgang kapseln also jedes mal wenn ich einen neuen wöchentlichen speiseplan von meiner anwendung braucht oder wenn ich zumindestens die jason objekte brauche die den wöchentlichen speiseplan repräsentieren dann nutze ich eine soll eine instanz dieser klasse die erstelle ich mir und die sage ich und der sage ich dann mach mal und sagt mir bescheid wenn wenn du fertig bist damit das funktioniert brauchen wir wahrscheinlich eine bestimmte art und weise wie die instanz die wir hier erstellen also wie dieser weekly weekly menu request mit dem rest der anwendung kommuniziert also ich habe sie da schon so ein bisschen angedeutet wir wir sagen dieser instanz dann später leg mal los und hol mir die daten und gib mir bescheid wenn du damit fertig bist warum gibt mir bescheid wenn du damit fertig bist weil diese aktion jetzt über das internet mit dem server zu sprechen die sollte asynchron verlaufen die dauert auch vielleicht ein bisschen und das ist kein keine antwort kein ergebnis was wir sofort haben was heißt das für für uns also auf welche art müssen wir zumindest das antwort verhalten von dieser klasse mit dem rest der anwendung verbinden da jemand eine idee worauf hinaus möchte wir sagen listen genau also irgendwie wird wahrscheinlich so einen listen ergeben das heißt ich habe wahrscheinlich in dieser klasse sowas wie eine start methode vielleicht die führt diesen ganzen request aus und wenn die damit fertig ist informiert die ein listener dieser listener der kriegt dann vielleicht irgendwie ein array aus jason objekten zurück das verwendet wird um diese information die dieser request jetzt bezogen hat nach außen zu geben können uns ja mal diesen diesen listener direkt in der klasse definieren also als innere öffentliche klasse damit andere darauf zugreifen können nennen wir den vielleicht nennen wir den weekly menu request listener es ist ein listener der auf diesem weekly menu request registriert wird und über bestimmte zustandsveränderungen von dem informiert und wir können die die methode die wir da brauchen vielleicht die methode die wird ganz am ende von diesem ganzen vorgang aufgerufen wenn unser weekly menu request alle informationen vom server bezogen hat und was kriegt der übergeben der kriegt übergeben vielleicht ein jason array jason array und jason objects das ist diese erste schicht oder die erste der erste schritt den wir in diesem informationsfluss unserer anwendung geplant haben wir kriegen text zurück von dem server der ist jason formatiert wir wandeln den schon mal um in diese beiden oder in objekte von diesen beiden klassen jason array oder jason object die generisch in java jason informationen zugänglich machen und die schicht in unserer anwendung die dann diesen weekly menu request verwendet und diese informationen erhält die wandelt das dann um in die mensa dish objekte okay das heißt unser request braucht irgendwie einen listener den es den es informieren soll gibt es unterschiedliche stellen wo man das vielleicht setzen kann setter methoden wir können es an die start methode übergeben ich würde vielleicht vorschlagen dass wir tatsächlich so einen konstruktor einfach verwenden also wie die menu request und dem übergeben wir einen weekly menu request listener und den speichern wir uns in einer instanz variabel die geht nur uns was an die kann feine sein weil wenn wir den einmal gesetzt haben soll er sich nicht ändern und die heißt dann auch einfach nur listen aber es gibt nur einen listen in meiner in meinem mentalen modell von dieser klasse und den merke ich mir diese klasse weekly menu request listener das ist die stelle die am ende diesen volley request ausführen wird also die dafür sorgen wird dass wir über dieses volley framework die http anfrage sehr abstrahiert durchführen können und in dem moment wo wir dieses volley verwenden müssen wir wissen welche anwendung denn gerade eigentlich tatsächlich ausgeführt wird oder anders gesagt volley braucht diesen application kontext also volley funktioniert nur wenn wir an dieser stelle wo wir diese request erstellen sagen können in welcher app wir gerade sind und dementsprechend braucht unser weekly menu request an irgendeiner stelle auch einen kontext in dem es arbeiten soll und wenn wir den brauchen dann müssen wir den irgendwie reingeben irgendwie diese dependency weitergeben und warum nicht im konstruktor das heißt ich übergebe nicht nur den listener sondern ich übergebe auch so eine kontextinformation an den konstruktor und auch den speicher ich mir in meinem konstruktor in der entsprechenden instanz variabel ok kontext und listener was wir auch noch brauchen ist irgendwo einen ort wo wir die informationen die jetzt von von den server anfragen kommen speichern können damit wir den nach außen geben können warum ist das wichtig wir müssen hier an dieser stelle jetzt fünf http anfragen miteinander kombinieren müssen einmal die speisen für montag für die anfragen dann die für dienstag dann die für mittwoch dann die für donnerstag dann die für freitag und das heißt dass wir nicht nur eine http anfrage stellen sondern fünf und das heißt wir müssen wenn wir am ende alle speisen gesammelt zurückgeben die antworten von diesen fünf anfragen erst mal sammeln und das sind jason objekte deshalb macht es oder ergibt es sehr viel sinn die inhalte auch als jason array vielleicht zu speichern und genau das würde ich jetzt vorschlagen also eine realist könnten wir auch nehmen also wir könnten jason objekte in eine list reinpacken aber es gibt ja diese klassen schon die es uns erlauben mehrere jason objekte zu sammeln und dementsprechend würde ich es jetzt in meiner implementierung so machen dass ich diesem gesammelten oder diesem objekt weekly manual request auch noch so ein array gebe das ich im konstruktor initialisiere es ist dann am anfang einfach leer das präsentiert ein leeres jason array und alles was ich von dem server als antwort bekomme wandle ich direkt in jason objekte um und packte dann in dieses array und wenn ich damit fertig bin gebe ich das nach außen jetzt geht's los also ich glaube jetzt können wir es nicht weiter irgendwie aufhalten wir müssen jetzt an dieser stelle uns damit auseinandersetzen wie wir die requests an diesen server tatsächlich stellen das erste was wir brauchen ist die url also müssen irgendwie wissen wen müssen wir denn überhaupt fragen also wen fragen wir jetzt um diese information welche speisen es am montag oder dienstag gibt und diese dieses wer wird repräsentiert durch eine url die kopiere ich jetzt mal schnell hier rein können wir später vielleicht noch eine andere stelle packen aber das hier wäre zum beispiel die http url die wir fragen müssen was oder die wir ansteuern müssen um die speisepläne für den speiseplan für den freitag der aktuellen woche zu erfragen und wenn wir den vom montag haben wollen dann schreiben wir jeden montag hin und hier einen dienstag für den dienstag also das hier ist der generische teil der url das fragen wir quasi nach dem speiseplan der unimense an sich und wir spezifizieren dann für welchen wochentag wir das machen möchten mit diesem kürzel hinten dran und das müssen wir jetzt irgendwie in unserem programm machen das funktioniert nicht mehr wenn wir das in den browser eingeben weil wollen die sachen ja verarbeiten programmatisch und dementsprechend müssen wir diese anfrage die sich hinter dieser url verbirgt jetzt durch code lösen und das machen wir indem wir dieses volley framework verwenden was diesen gesamten vorgang ich frage einen server über http nach bestimmten inhalten und kriegt die antwort zurück für uns ganz ganz stark abstrahiert das sind eigentlich nur zwei drei schritte die wir tun müssen das erste was wir machen ist wir erstellen uns eine q in der wir mehrere http anfragen sammeln können wir brauchen ja nicht nur eine anfrage sondern gleich fünf dann packen wir in diese q die fünf anfragen an die verschiedenen urls starten das ganze und registrieren im vorfeld ein listener der uns immer informiert wenn auf eine dieser anfragen eine antwort vorliegt das ist jetzt das was wir vorhaben die q die wir brauchen heißt request q und die erzeugen wir wenn wir ihn oder auf der voli klasse den die methode new request q aufrufen und was wir jetzt hier brauchen ist dieser application kontext und den haben wir uns ja schon über den konstruktor mitgeben lassen und in einer instanz variabel gespeichert jetzt müssen wir für jeden wochentag diese url nehmen und auf der basis dieser url einen sogenannten string request erstellen und sagen dass wir die antwort des servers auf diese einzelne url gerne als text in unserem code verwenden wollen würden woher bekomme ich die kürzel für die einzelnen wochentage haben wir die haben wir in der app schon irgendwo abgelegt an welcher stelle von unserer app liegen die schon also wo könnte ich nachschauen wenn ich wissen müsste genau die enums für die wochentage wenn ich jetzt in jeden enum wert einmal reinschauen möchte also wenn ich mir alle möglichkeiten die ich als wochentag oder für wochentage definiert habe anschauen möchte wie könnte ich das machen oder anders gesagt wissen sie dass es eine möglichkeit gibt über alle möglichen enum werte relativ leicht zu äterieren haben sie das schon mal gemacht ich zeige es ihnen mal und dann können sie in den chat reinschreiben ob ihnen das bekannt vorkommt es gibt ja diese wunderbare for each schleife in java abkürzungen über um über irgendwas äterierbares zu äterieren und jeden wert einmal in einer zähler variabel oder lauf variabel verwenden zu können und das können wir mit solchen enum werten auch machen ich kann über alle werte die in einem enum gespeichert sind zugreifen oder äterieren indem ich mir so eine vorschleife baue das hier ist meine variabel in der bei jeder iteration einer der wochentage dann zugreifbar ist also einer der enum werte und ich greife auf die values innerhalb dieses enums zu und damit habe ich meine schleife die über alle wochentage läuft und das heißt wenn ich jetzt hier diese url haben möchte könnte ich sowas machen string url ist das hier vielleicht plus day punkt short name und dann hätte ich für jeden wochentag die passende url ist vielleicht jetzt nicht so toll vielleicht machen wir es lieber ein bisschen schöner wir nehmen uns diese url diese base url also den teil der für alle gleich ist den speichern wir vielleicht als konstante private static final string base url und ich könnte ja mir vielleicht merken was ist denn das jetzt hier das soll so sein dass ich hier hinten an diese base url immer ein bestimmtes kürzel anhängen muss gerne dass ich ersetzen muss durch den tatsächlichen wochentag den ich fragen möchte also irgendwie so ein platzhalter können sie jetzt formatieren wie sie möchten ich mache das häufig mit seinem dollarzeichen das ist der teil von der url den ich ersetzen muss um die richtige url für einen angefragten wochentag zu erhalten in meiner schleife nehme ich mir jetzt diese base url und ich nutze die replace funktion das ist die einfachste möglichkeit das zu tun ich weiß es gibt ganz viele andere schönere möglichkeiten irgendwie strings zu formatieren vielleicht hilft das ja beim etwas aufräumen vom eigenen code und ich sage jetzt ich möchte dass dieses kürzel day was ich in die base url als platzhalter eingefügt habe ersetzt wird durch den short name vom aktuellen wochentag genau also gibt noch mehr möglichkeiten ich muss zugeben dass ich das mit diesem replays immer ganz schön finde weil das ein bisschen deutlicher macht dass irgendwie der platzhalter ersetzt wird tatsächlich und strings in java sind ja immutables das heißt diese replace funktion die verändert ja auch nicht diesen string hier oben in der konstante ging ja sowieso nicht als eine konstante ist sondern die erzeugt ja einen neuen string auf der basis dessen auf dem wir diese diese replace funktion aufgerufen haben also das bildet für mich relativ gut ab was ich vorhabe und ich kann mir auch den syntax oder die syntax von dieser string formatierungs geschichte immer nicht so gut merken aber es gibt andere möglichkeiten wir machen es jetzt so jetzt habe ich die url und jetzt brauche ich den request und so eine string request also kurz klammer auf sie können volli sagen was sie für eine art von antwort vom server erwarten wenn sie einfach nur text erwarten und auch nur text verarbeiten möchten dann ist die einfachste möglichkeit so einen request zu stellen die verwendung von einem string request wenn sie wissen dass das eh schon ein jason ist und das sauber formatiert ist können sie auch sowas wie einen jason request verwenden und dann kriegen sie direkt jason objekte zurück wir machen das jetzt mal mit dem generischen wir erstellen eine ein string request für diese url und wir erwarten einfach dass wir text zurück bekommen und wir kümmern uns dann selber um diese transformation der jason objekte aber nur der hinweis sie können in volli wenn sie wissen was sie für eine antwort bekommen durch die verwendung unterschiedlicher request types oder auch das überschreiben und anlegen eigener request types dieses die antwort die sie auf diesen request bekommen sehr gut steuern macht es jetzt aber wie gesagt relativ einfach wir stellen uns so ein string request request und ja das vielleicht auch eine ganz wichtige information wir müssen uns wenn wir wolle verwenden relativ wenig gedanken über threading machen sogar so viel dass sie gleich sehen werden dass wir dinge machen können im code die man normalerweise nicht tun würde weil wolle das so toll macht die requests werden alle asynchron ausgeführt also q ist jetzt auch ein bisschen irreführend die werden nicht nach und nach abgearbeitet sondern die werden halt gestellt und dann kommt irgendwann die antwort zu den einzelnen aber das passiert alles asynchron in einem eigenen thread die antwort die wir jetzt mit diesem string request mit den entsprechenden listen abfangen werden die erfolgt aber immer wieder im main thread das heißt diesen wechsel zwischen thread in dem der request eigentlich durchgeführt wird und verarbeitung der antwort den müssen sie nicht selber machen das heißt wolle wechselt dann immer wieder wenn es ihnen die antwort gibt in den main thread das ist positiv weil das ist meistens das was man möchte negativ in dem sinne dass wenn sie jetzt sehr komplexe antworten verarbeiten also sehr komplexe jasons vielleicht irgendwie parsen müssen oder so sie dann natürlich wieder selber in einen anderen thread wechseln um diesen main thread nicht zu blockieren aber eigentlich um es kurz zu machen wolle kümmert sich komplett darum und sie können da für klassische ganz normale http anfragen davon ausgehen dass das einfach funktioniert und dass sie dann immerhin im richtigen thread gerade sind dieser string request den wir jetzt erstellen das ist natürlich ein objekt das repräsentiert diese form der anfrage die wir mit volle durchführen möchten und das erste was wir wollen sagen müssen ist was für eine http methode verwenden wir sie können wenn sie über http mit einem server kommunizieren über so einen http verb spezifizieren was sie für eine form der kommunikation mit diesem server wünschen das ist ganz weit her geholt für ein ganz einfaches prinzip sie sagen einfach wollen sie informationen holen oder wollen sie informationen ablegen auf dem server das sind so die beiden wichtigsten methoden die man mit http durchführen kann und diese art der kommunikation die wird über so einen http verb oder http methode spezifiziert und in unserem fall sagen wir wir hätten gerne informationen wir würden gerne über dieses get informationen vom server holen wir wollen nichts ablegen wir wollen nichts neu erstellen wir wollen nichts aktualisieren sondern wir wollen dinge vom server holen was wollen wir holen die informationen die sich hinter der url verbergen und wie wollen wir informiert werden wenn diese antwort vorliegt durch einen listener der die antwort von dem server abfängt und das ist in unserem fall der response listener also diese methode hier wird aufgerufen wenn dieser request durchgelaufen ist und der letzte eintrag von unserem von unserem konstruktor für diesen string request ist bin ich an der richtigen stelle ist der error listener da müssen wir nämlich sagen muss ich kurz überlegen wie genau da wie der heißt response error listener das ist die methode hier die aufgerufen werden soll wenn dieser response oder wenn dieser request den wir hier modellieren nicht erfolgreich war also wir sagen wolle hol uns bitte diese url über diese http methode das ist die stelle die du informieren sollst wenn der die anfrage erfolgreich war das ist die stelle die du informieren sollst wenn die anfrage nicht erfolgreich war das schaut jetzt hier schon so ein bisschen kompliziert aus oder nach viel code und das würde ich gerne auslagern also ich würde gerne eine extra methode schreiben private string request die mir für eine url die ich übergebe oder für einen wochentag vielleicht sogar dann ist es noch einfacher die passende voli string request anfrage generiert also ich schreibe mir so eine methode wie create voli request for weekday übergebe der einen wochentag einen response response punkt listener also ein listener der informiert werden soll wenn dieser request den wir jetzt gerade erstellen den wir jetzt gerade erstellen erfolgreich war vielleicht sowas wie success listener und einen einen response error listener error listener der informiert werden soll wenn in dieser anfrage nicht erfolgreich war und in dieser methode erstellen wir uns jetzt diesen request den wir oben gerade in der schleife erstellt haben wir nehmen das hier mit runter well weekday übergeben wir als parameter an die methode und wir geben zurück einen neuen string request mit der entsprechenden methode für die entsprechende url mit dem übergebenen listen an und da kapseln wir jetzt diesen konstruktionsvorgang von seinem voli request in einer url und dann können wir jetzt hier sagen string request ist gleich create voli request for weekday für diesen wochentag und jetzt brauchen wir listener ich möchte diese listen eigentlich immer in line definieren weil ich eigentlich möchte dass mein weekly menu request die stelle ist an der alle antworten von allen fünf anfragen eingehen und deshalb lasse ich jetzt diese klasse hier diese beiden interfaces implementieren implements response punkt listener und zwar für für strings genau das ist ein listener für strings der kann auf string requests von voli reagieren oder auf die antworten auf string request von voli reagieren und implementiert zusätzlich auch noch den error listener das sind die beiden interfaces die jetzt mein weekly menu request zu einem listener für string antworten und einem listener für irgendwelche fehler die beim ausführen von einem voli request auftreten macht natürlich muss ich die beiden methoden implementieren machen wir uns jetzt mal das leben ein bisschen einfacher indem wir das automatisch generieren lassen aber jetzt ist mein weekly menu request auch der gegenpart zu meinem voli request und kann die antworten von dem abfangen und jetzt reicht es wenn ich an der stelle einfach hier zweimal den 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 verweis auf die aktuelle instanz gebe mit diesem sys nicht zeiger aber verweis müssen wir ziehen das fass aufmachen was das ist in java genau ist und ich sage ich möchte einen neuen string request haben für einen bestimmten wochentag und informiere bitte die instanz von diesem weekly menu request in dem ich gerade bin wenn die antworten vorliegen und dann bleibt mir nur noch übrig meine q zu nehmen und diesen request den ich so erstellt habe einzufügen und wenn ich das mit allen wochentagen gemacht habe sage ich q in der jetzt alle fünf anfragen für die wochentage drin sind bitte starte jetzt beginnt das was normalerweise kompliziert ist nämlich diese http anfragen voli nimmt jetzt diese fünf urls fragt den server nach den inhalten kriegt die texte oder irgendwelche fehlermeldungen zurück und wenn auf eine dieser anfragen jetzt eine antwort vorliegt dann werden wir informiert können das mal testen ob das funktioniert ich erstelle mal ein paar debugging strings über die die oder das log die ob wir die log d methode und sagt hier in on response und wir sind im weekly menu request und vielleicht geben wir uns zusätzlich noch auf der konsole aus was denn eigentlich in dieser response drin steht also ich erwarte jetzt dass wenn das hier alles funktioniert und wenn ich das gestartet habe wir fünfmal in diese methode gelangen und wahrscheinlich oder hoffentlich diesen jason sehen oder das jason string sehen dass wir von dem von dem voli framework beziehungsweise über das voli framework von unserer http api erhalten haben probieren wir mal aus ob das funktioniert ich gehe in meine main activity ich habe da schon diese in it ui methode vielleicht machen wir uns noch eine in it data methode private void in it data die jetzt im moment nur zu testzwecken mal funktioniert ich hole mir jetzt einen von diesen weekly menu request die ich gerade erstellt habe weekly menu request und erstelle mir den der braucht wenn ich das richtig im kopf habe aber ich schaue zur sicherheit noch mal rein ein kontext und ein listener der kontext kann unser application kontext sein den sie über die get application kontext methode in jeder activity auslesen können und den listener den spare ich jetzt mir mal ganz kurz weil wir den glaube ich oder hoffentlich eh noch nicht in der klasse verwenden und wenn ich das erstellt habe dann starte ich das ganze auch also ich habe jetzt diese fünf http anfragen an den server in über voli starten lassen habe diesen ganzen vorgang in diesem weekly menu request gekapselt und probiere das jetzt mal aus ob das wirklich funktioniert wenn ich diese start methode entsprechend ausführer warum ist die noch grau hinterlegt ich dachte dass android studio so schlau ist das zu erkennen vielleicht täusche ich mich auch und wir sehen gleich den ersten fehler des heutigen tages aber probieren wir das jetzt einfach erstmal aus wichtig damit das funktioniert im manifest muss uns die erlaubnis eingetragen da müssen wir die erlaubnis oder um die erlaubnis gebeten haben das internet zu nutzen oder die internetverbindung zu nutzen und damit ist das ganze voli zeugs funktioniert müssen wir das im gradle eingetragen haben müssen wir sagen wir würden gerne innerhalb dieser anwendung voli verwenden aber jetzt probieren wir das mal aus und schauen was passiert ich starte die anwendung neu und keine fehlermeldung dafür ganz ganz viel text in unserer anwendung wir sehen hier in on response das erste mal das ist das was wir für den montag angefordert haben und da kriegen wir einen leeren string zurück kann sich jemand vorstellen warum hier keine daten drin stehen wenn wir den speiseplan vom montag dieser woche angefordert haben feiertag mensa hat zu deshalb keine speisen und für die anderen tage hier zum beispiel für den donnerstag offensichtlich kriegen wir sachen raus dann für den dienstag und sie sehen dass die antworten offensichtlich nicht in der reihenfolge eingehen in der wir die anfragen in die queue reingepackt haben das zeigt für uns dass das wohl offensichtlich wirklich asynchron funktioniert also wir starten die alle gleichzeitig und sobald eine antwort da ist kriegen wir die auch und der server kann auf unterschiedliche anfragen unterschiedlich lange brauchen also wenn es an einem tag irgendwie hunderttausend speisen gibt dann dauert es vielleicht ein bisschen länger dieses station zusammen zu stellen und uns zu schicken und die übertragung dauert natürlich dann auch ein bisschen länger dementsprechend können sie bei solchen sachen nicht sicher sein dass das einfach in der richtigen reihenfolge passiert und das dann umso wichtiger sich irgendwie zu überlegen wie kriegen sie denn innerhalb von diesem weekly manual request jetzt mit wenn diese ganzen sachen wenn alle fünf anfragen tatsächlich da sind das wäre jetzt der nächste schritt wir wissen jetzt wir bekommen irgendwie antworten und wir wollen jetzt dafür sorgen dass wir irgendwann feststellen wann haben wir denn alle antworten bekommen damit wir dann die aufgabe von diesem weekly manual request abschließen können und unseren listener informieren damit der dann mit den dann vielleicht schon als jason objekte vorliegenden informationen was anfangen kann wir sind jetzt am ende von der offiziellen sitzung ich würde gerne noch ein bisschen weitermachen das heißt für alle die jetzt in eine andere veranstaltung oder sowas müssen kein problem gehen sie gerne ich würde das ganze dann natürlich wieder zeitnah als video bereitstellen für die anderen vielleicht machen wir noch ein halbes stündchen oder so oder wie lange wir lust haben und programmieren noch ein bisschen weiter also nochmal für die die jetzt weg müssen vielen dank für die aufmerksamkeit wir sehen uns spätestens nächsten freitag wieder oder in den übungen oder vielleicht müssen wir noch ein extra stream einschieben um die aufgabe komplett zu vervollständigen aber bis dahin alles gute und für die die noch weiter da bleiben möchten machen wir jetzt einfach direkt weiter ich habe gerade gesagt wir müssen uns als nächstes irgendwie damit darüber gedanken machen wie wir es denn jetzt schaffen dass wenn jetzt hier fünf antworten vorlegen also diese on response methode wird fünfmal aufgerufen was schon mal gut ist weil wir kriegen auf jede anfrage eine antwort wie wir jetzt irgendwie dafür sorgen dass wir aus erstens aus diesem string den wir hier bekommen das ist ja im moment noch so einen jason string ist einfach nur text steht jetzt noch nichts mit dem wir wirklich arbeiten können die jason objekte generieren die wir hier in dieses array speichern wollen und dann müssen wir noch feststellen wann denn die letzte antwort auf die letzte anfrage eingegangen ist damit wir dann für uns für dieses weekly menu request objekt feststellen können meine aufgabe ist erledigt ich habe alle antworten die vom server bekommen habe verarbeitet und kann das jetzt weitergeben an den rest der anwendung der erste teil ist ein bisschen komplizierter der zweite teil sich zu merken wie viele antworten man bekommen hat der ist es dann nicht mehr so kompliziert den können wir ganz leicht machen indem wir einfach antworten und fehler zählen und wenn wir da auf fünf rauskommen wird das schon passen also ist nicht die beste lösung aber so würde ich es tatsächlich jetzt erstmal implementieren erst aber mal müssen wir uns darum kümmern wie wir denn jetzt aus diesem aus diesem string zum beispiel diesem hier die einzelnen tatsächlichen jason objekte auslesen das machen wir jetzt in schritt für schritt was wir zurückbekommen oder machen wir jetzt schritt für schritt was wir zurückbekommen ist so ein langes ein langer text ich kopiere den mal mal schauen wie das ausschaut hier rein schaut blöd aus verlasse ich es zeilenumbruch scheint nicht aktiviert zu sein daraus erstellen wir uns zuallererst ein jason array weil das ist ja offensichtlich ein im jason text im jason syntax formatiertes array und aus diesem array lesen wir alle vorhandenen jason objekte aus und speichern die in unser jetzt noch leeres array wir wollen hier am ende einfach alle speisen für die wochentage für die die woche drin haben wir kriegen fünf arrays zurück für jeden wochentag und wir flatten das so ein bisschen also anstatt fünf arrays abzuspeichern und so eine hierarchie zu haben woche wochentag speisen sammeln wir alle speisen in einem array weil wir haben ja die information an welchem wochentag oder zu welchem wochentag die gehören schon in der api antwort tatsächlich drin das heißt erster schritt ich gehe in die methode in der ich selber die antwort erhalte und ich erstelle mir auf der basis des strings den ich da zurück bekomme die möglichkeit ich bin mal ehrlich zu sein nicht hundertprozentig sicher ob es da irgendwie eine möglichkeit gibt zu sehen wann diese queue abgearbeitet ist ich schaue mal ganz kurz ob man irgendwie so ein bisschen durch ja add request event listener was sagt uns der denn ja ich glaube also ich kann es ihnen um ehrlich zu sein nicht sagen das habe ich mir zwar auch gedacht aber ich habe dann keine zeit mehr gehabt das mir nochmal neu mir anzuschauen für den für die heutige sitzung ich bin mir fast sicher dass es irgendwie eine elegantere lösung gibt das zu machen wird das vielleicht auch nochmal nachreichen oder in der nächsten sitzung dann anders machen aber wir können das auch mit diesem low level machen weil was wir zurück bekommen ganz kurz zur einordnung wir bekommen immer entweder eine antwort zurück oder wir bekommen immer einen fehler zurück wenn eine anfrage fehlgeschlagen ist kriegen wir das hier zurück wenn eine anfrage erfolgreich war kriegen wir das hier zurück das heißt wir können uns diese information auch selber generieren glaube es gibt irgendwie so eine eine möglichkeit vielleicht mit dem rating future oder sowas das zu lösen ist jetzt aber vielleicht an der stelle auch ein bisschen zu kompliziert also sich einfach zu zählen wie viele antworten man bekommen hat wenn man weiß wie viele anfragen man gestellt hat funktioniert auch also muss das ja nicht immer zu stark verkünsteln was halt was eigentlich kein gutes argument ist das nehme ich jetzt mal zurück das ist nicht verkünsteln ich glaube nur dass wenn es irgendwie einen einen besseren weg gibt der vielleicht jetzt für diesen kurs an dieser stelle noch nicht so hundertprozentig angebracht ist vielleicht die informationen für die leute die das irgendwie extern schauen wir sind gerade in der lehrveranstaltung von der universität regensburg beziehungsweise von der vhb der virtuellen hochschule bayern und dieser kurs das ist wahrscheinlich für viele leute der ersten ja nicht der erste aber der zweite programmierkurs genau also im produktiv system wenn sie eine richtige app machen schauen sie nochmal in die dokumentation oder schauen sie was ich vielleicht in den nächsten tagen oder wochen dann nochmal dazu sage jetzt aber erstmal was was glaube ich unstrittig ist wir erstellen uns aus den diesem string den wir hier zurückbekommen erstmal das das eigentliche array und was soll das repräsentieren das sind die results for one day jedes mal wenn wir für einen tag die an die sachen angefordert haben kommt diese on response methode und wir erstellen uns ein neues jason array in dem der string oder auf der basis des strings den wir da bekommen das ist ja immer ein array wir müssen jetzt hier mit ein paar exceptions umgehen denn da kann was schief laufen wir könnten ja irgendwie ein string übergeben der gar nicht valide ist also irgendwas was nicht jason formatiert ist und deshalb müssen wir darauf achten dass wir entsprechende fehler abfangen in unserem fall der das eben eine jason exception ausgelöst wird wenn wir zum beispiel an dieser stelle ein text übergeben der nicht in jason formatiert ist also kein valides jason ist und den wir nicht umwandeln können in dieses jason array wenn das aber klappt dann können wir über diese objekte die in dem array drinstehen das sind dann solche sachen hier also diese einzelnen einträge von dem array drüber ätherieren i ist gleich 0 i kleiner ähm kleiner ich glaube ganz einfach results for one day.length das ist jetzt ein bisschen tricky weil das ist nicht wirklich ein array aber es verhält sich so ein bisschen wie ein array es heißt halt jason array weil es ein jason array abbildet aber es ist kein java array sehen sie auch gleich wenn wir auf die einzelnen einträge zugreifen das ist aber auch längs als methode nicht als eigenschaft und wir iterieren mal über alles drüber was wir wenn wir diesen text hier umgewandelt haben in ein jason array objekt als einzelne objekte zurückbekommen und können uns über results for one day punkt get jason object glaube ich und diesen parameter oder dieser zähler variabel die wir hier gemacht haben immer ein objekt aus diesem array auslesen also wenn wir von null wenn wir get jason object Entschuldigung das ist ganz wichtig wir wollen jetzt ein objekt auslesen weil ich weiß dass in diesem array keine weiteren arrays mehr drin sind sondern nur ein objekt oder nur objekte auf dem top level und wenn ich das für das array was ich aus diesem string hier erzeugt habe für die stelle 0 aufrufe bekomme ich diesen diesen string hier als jason objekt zurück und das kann ich mir dann in mein zentrales jason array einfach rein speichern dass sie hier oben angelegt habe um diese ganzen einzelnen einträge von von den server antworten die ich bekomme zu sammeln also ich nehme den string mache mir daraus einen jason array iteriere über das jason array drüber und wird jedes mal wenn wenn ich auf ein jason objekt stoße das in dieser server antwort drin war das abspeichern in dieses zentrale jason array und wenn das alles funktioniert dann habe ich am ende da eine gesammelte liste von allen einträgen meines speiseplans jetzt schon mal als jason objekt wir sind noch nicht beim mensatisch angekommen aber wir haben zumindest die erste transformation geschafft nämlich aus text wird ein jason objekt auf dessen eigenschaften wir dann auch über diese api die uns das jason objekt oder die klasse anbietet entsprechend zugreifen können was ich jedes mal machen möchte auch wenn irgendwas bei diesem umwandeln von dem string in ein jason oder dem auslesen von einem objekt schief gegangen ist also wenn hier irgendwo so eine jason exception geschmissen wird ist dass ich mir merke ich habe jetzt eine antwort vom server tatsächlich auch verarbeitet also wenn ich fünf anfragen stelle dann speichere ich mir jedes mal oder merke ich mir jedes mal wenn diese methode aufgerufen wird dass ich mir dann tatsächlich eine dieser antworten oder eine dieser anfragen auch hinsichtlich der zugehörigen antwort angeschaut habe und wenn ich dann am ende irgendwie feststelle dass ich fünf mal das ganze gemacht habe weil sich ich kann jetzt weitergehen das ist dieses konzept was wir jetzt in einer einfachen form umsetzen möchten ich lege mir dazu eine zähler variabel ganz einfach an private mit response counter vielleicht response counter und die initialisiere ich in einem konstruktor mit dem wert 0 am anfang sind noch keine antworten beantwortet wenn ich eine aktion habe in einem java programm die ich in ein try and catch kapseln muss weil da gewisse fehler passieren können und ich möchte aber das unabhängig davon ob dieser teil hier erfolgreich war oder ob irgendein fehler geschmissen wird in jedem fall eine bestimmte aktion durchführen also egal ob ich erfolgreich war und das ganze funktioniert hat oder ob bei diesem verarbeiten der antwort eine jason exception geschmissen wird weil der server mir zwar sagt hier hast du eine antwort aber jason ist vielleicht irgendwie falsch formatiert möchte jedes mal diese antwort zählen wie kann ich das in seinem try catch block machen wie kann ich dafür sorgen dass in einem try catch block unabhängig davon ob das ganze erfolgreich war oder ob der catch block ausgeführt wird auf jeden fall eine aktion ausführen im chat steht schon drin es gibt dieses feine lie da kann ich sagen was immer passieren soll und in meinem fall sage ich egal ob ich mit der jay mit der antwort was anfangen kann oder nicht wir zählen diesen response counter hoch und was ich machen muss wenn hier eine antwort vorliegt vom server und wenn ich die gezählt habe ist zu schauen in diesem response counter steht da schon irgendwie eine zahl drin response counter gleich fünf dann informiere listener schaut ein bisschen blöd aus das können ein bisschen optimieren wir können zum beispiel sagen wir schreiben uns eine methode private void notify listener if ready wir wollen in dieser methode checken haben wir schon alle antworten auf alle anfragen bekommen und wenn ja informieren wir den listener sagen und wenn unser response counter mit dem wir immer zählen haben wir eine antwort bekommen haben wir eine antwort bekommen haben wir die verarbeitet haben ist alles in ordnung gewesen oder gab es probleme aber im grunde genommen einfach haben wir eine antwort auf unsere anfrage bekommen beziehungsweise wie viele antworten auf unsere fünf anfragen sind schon da wenn dieser wert dem entspricht was wir auch an ursprünglichen anfragen gestellt haben dann wollen wir den listener der sich am konstruktor von diesem request ja gemeldet hat als die stelle die informiert werden soll wenn die antworten vorliegen dann auch entsprechend über die interface methode oder listener methode informieren woher wissen wir wie viele anfragen wir gestellt haben so was reinschreiben wir können irgendwie eine konstante anlegen aber wir können auch einfach sagen wir wissen ja wir haben dieses weekday enum verwendet um die anfragen zu initialisieren wir sind über dieses values array iteriert und haben für jeden der einträge eine anfrage erstellt und wenn wir uns davon dann die länge anschauen dann wissen wir auch wie viele anfragen wie ursprünglich gestellt haben und damit können wir relativ sicher sein dass wir hier den teil der if bedingung der blog der body nur ausführen wenn wir genau so viele antworten gezählt haben im response counter wie wir auch anfragen gestellt haben indirekt über dieses weekday array weil das auch bei dem erstellen der anfragen verwendet wird und in dem fall sagen wir dem listener hier sind deine antworten oder hier ist das ergebnis und das ergebnis ist dieses array was wir jedes mal hier drin befüllt haben und wenn wir dann diesen response counter hochgezählt haben rufen wir die methode auf schauen jedes mal nach ob wir schon fertig sind geben die sachen dann raus in welchen fällen funktioniert das noch nicht also welchen fall habe ich jetzt noch nicht beachtet ich stelle fünf anfragen wenn ich ein positives ergebnis bekomme zähle ich den response counter hoch wenn ich fünf positive ergebnisse bekommen habe informiere ich den listener eine sache fehlt noch genau wir fangen den fehler noch nicht ab oder wir berücksichtigen nicht dass es ja auch sein kann dass eine anfrage ins leere geht oder dass wir einen fehler vom server bekommen und müssen uns entsprechend auch überlegen was wir machen wenn wir eine fehlerhafte antwort kommen oder wenn der server und sagt ich kann deine anfrage nicht beantworten ich mache es ganz leicht ich zähle einfach diese fehlerhaften antworten auch als antworten wird halt eine dieser anfragen nicht beantwortet und ich mache genau das gleiche was ich auch in der positiven antwort mache ich zähle diesen response counter hoch okay eine meiner http anfragen wurde nicht richtig beantwortet macht nichts am pech gehabt ist natürlich kein kein keine gute idee für eine produktive app jetzt einfach daten fehlen aber ich kann das jetzt an dieser stelle ähnlich ändern wenn ich vom server eine falsche antwort bekomme dementsprechend ignoriere ich das jetzt einfach mal von meinem elfenbeinturm der universitären lehre in der ich mich um solche dinge manchmal nicht kümmern muss und erzähle diesen response counter hoch und schaue einfach dass wenn aus der kombination an positiven antworten und fehlerhaften antworten insgesamt hervorgeht dass alle anfragen auf die ein oder andere art und weise beantwortet sind wir dann entsprechend hier diese listener methode aufrufen und jetzt nach außen geben dass wir fertig sind ich würde gerne eine kleine sache noch einbauen die so ein bisschen absichert oder die die ein problem ich habe ja gerade gesagt ich kümmere mich nicht um alle probleme aber ein paar probleme möchte ich mich kümmern die die ein problem abfängt was durch dieses zählen von diesen diesen antworten jetzt ausgelöst wird oder anders gesagt wenn ich das so mache dann muss ich irgendwie dafür sorgen dass diese staat methode oder dass dieser vorgang der hinter der staat methode steht nur ein einziges mal ausgeführt werden kann weil wenn ich diese staat methode aufrufe und dann mir diese requests vorbereite und die abschicke und dann nochmal die requests abschicke oder nochmal diese staat methode aufrufe dann generiert wohl die fünf neue requests und dann wird plötzlich nachdem der erste die erste anfrage oder noch bevor die erste anfrage vom von dieser zweiten welle beantwortet wird plötzlich schon das ergebnis rausgegeben weil irgendwie dieser response counter ja dann schon den wert fünf hat möglicherweise das heißt was ich hier implementiere ist so einen single use object also das kann ich eigentlich nur für einen request verwenden und da gibt es jetzt auch wahrscheinlich tausende möglichkeiten wie man das schönen java implementieren kann ich mache es mir auch wieder ganz einfach ich merke mir in diesem objekt in form von einer boolean variabel ob dieses ob dieser vorgang den dieses objekt kapselt nämlich den diesen dieses abfragen der api um die werte oder die speiseplan informationen zu den fünf tagen zu erhalten ob das schon mal gemacht worden ist also ob das schon mal gestartet worden ist und dieser wert wird initial im konstruktor hier braucht man nicht unbedingt aber mache ich das jetzt zumindest mal einheitlich auch wenn ich die parameter nicht unterscheiden muss packe ich im konstruktor zumindest immer so ein sister vor merke ich mir wenn ich diesen request initial erstelle dann wurde der noch nicht gestartet wenn ich den request das erste mal gestartet habe oder wenn ich den kann den ja nur einmal starten ausgelöst habe dann speichere ich mir in dieser variabel dass ich diese eine chance oder diese eine einmalige update was dieser request abbildet schon erledigt habe wenn ich diese startmethode jetzt aufrufe dann check ich zu beginn ob die methode schon mal gestartet worden ist und wenn das der fall ist könnte ich zum beispiel ein fehler rausschmeißen throw new exception vielleicht ich glaube das ist abstrakt das kann man da kann man add exception to message signature ich kann sagen wie nennen wir das vielleicht request already started ich glaube das funktioniert irgendwie so dass das taucht dann in der exception als label glaube ich auf ganz kurz genau das ist die 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 message die dann mit dieser exception verkörpert wir können auch eine eigene exception erstellen könnten das noch ein bisschen spezifischer machen wir sagen wir wollen aus dieser klasse heraus diese besondere fehlersituation dass irgendjemand versucht ein request der schon mal gestartet worden ist nochmal neu zu starten den wollen wir abbilden in java durch eine eigene fehlersituation das könnten wir zum beispiel machen mit request so was request already started exzeption extends exzeption viel mehr müssen wir gar nicht tun also wir erzeugen eine eigene exception wir definieren eine eigene exception die die diese diese fehlersituation das versucht wird diesen request ein zweites mal zu verwenden dass der oder dass das diese fehlersituation die diese fehlersituation repräsentiert dann gibt unsere start methode genau eine solche exception aus und die stellen die jetzt diesen dieses request objekt verwenden möchten die sind jetzt genötigt diese exception entsprechend abzufangen also fehlersituation in java kann man mit exception abbilden und das ist jetzt so diese einfachste variante dass sie möchten dass diese start methode nur ein einziges mal tatsächlich ausgeführt wird weil wir uns einfach merken haben wir schon mal ausgeführt und wir ändern diesen zustand wenn das erste mal diese start methode durchgelaufen ist oder wenn die queues entsprechend abgeschickt worden sind und dann müssen wir uns auch nicht mehr darum kümmern dass wir hier irgendwie diesen response counter zurücksetzen dass wir das jason array zurücksetzen für die die nächste aktion wenn ich jetzt ein zweites mal meine daten aktualisieren möchte dann erstelle ich mir oder bin ich jetzt gezwungen ein zweites weekly menu request objekt zu erstellen was wieder bei null anfängt und was dann durch das verarbeiten von dieser q mit neuen informationen gefüllt wird macht das für sie ein bisschen sinn oder sagen sie braucht man gar nicht und ich verstehe nicht warum wir das jetzt gemacht haben schreiben sie mal ganz kurz in den chat ob ihnen irgendwie so halbwegs klar ist warum ich jetzt irgendwie das absichern möchte dass ich diesen request nur nur ein einziges mal verwenden kann weil der der beschreibt ja den status von diesem request den state mit auch den antworten die darauf eingehen und wenn ich den sicher ein zweites mal verwenden möchte müsste ich alles was ich von der vorherigen anfrage weiß also all die jason objekte die gespeichert habe den response counter und so weiter zurücksetzen unter speichern jetzt einfach dabei wenn ich noch mal eine anfrage stellen möchte erzeugt bitte neues objekt das so halbwegs verständlich sind sie jetzt gar nicht mehr da im also ich hoffe mal dass noch ein paar okay da kommt sogar eine antwort lassen sie uns heute noch eine sache machen ich würde jetzt gerne diese diese stelle noch implementieren das wird doch auch nur bedingt funktionieren oder was genau würde nur bedingt funktionieren also ich glaube das jetzt hier das funktioniert hoffentlich weil die start methode ist der einzige ist die einzige öffentliche methode anders kann ich mit diesem objekt nicht interagieren nichts davon ist sonst öffentlich kann natürlich irgendwie diese on error response methode aufrufen weil ich die da müsste es vielleicht auch noch mal abfangen genau also da gibt es auch noch mal ein zwei stellen welche diese interface methoden implementiere das heißt hier müssen wir auch noch mal diese fallunterscheidung einbauen oder ein bisschen berücksichtigen aber ich glaube wir gehen in die richtige richtung aber ich glaube sie also auch wenn sie jetzt gerade schreiben dass das in einem aktuellen szenario funktioniert gibt es glaube ich so ein paar stellen wo wir wo wir angriffspunkte hätten aber wenn ich weiß dass dieser weekly menu request bestimmte interfaces implementiert kann ich wenn ich eine instanz davon habe ja auch selber diese methoden zum beispiel aufrufen auch unabhängig von von volley und dann könnte ich damit ja indirekt auch noch hier dieses dieses verhalten das information nach außen geben aufrufen aber ich kann zumindest nicht noch mal eine neue q starten ich glaube das ist die quintessenz ganz toll ist es wenn ich mir jetzt anschaue tatsächlich egal lassen sie uns eine sache noch gemeinsam machen ich hätte gerne so eine zentrale stelle die jetzt diese ganze dieses ganze update von dem speiseplan anstößt und dann auch für die restlichen teile meiner anwendung bereitstellt und diese stelle heißt mensa data provider und ist natürlich wie alle stellen unserer anwendung wieder eine klasse und diese klasse hat eine methode die können wir anstoßen oder die können wir benutzen um dieses update anzustoßen und hier wird dieser weekly menu request den wir gerade eben erstellt haben und wir können einfach hier erstellen wir brauchen dazu sie erinnern sich wieder ein paar informationen nämlich ein listener ein weekly menu request listener und den kontext der applikation in dem das ganze stattfinden kann soll hier habe ich mir ein rechtschreibfehler geben provide der soll es heißen ein provider für die mensa daten innerhalb unserer anwendung der ist unser listener für den weekly menu request listener also der bekommt mit wenn dieser ganze vorgang erfolgreich war implementiert dementsprechend auch diese interface methoden implements implements die wir wenn wir mal reinschauen hier implementiert haben wir wollen informiert werden von dem weekly menu request listener wenn alle anfragen erfolgreich waren und jason rät zurückbekommen unser date weiter und der stößt dieses update an und was der noch braucht dafür ist dieser applikations kontext und dem die diese kontext informationen geben wir dem provider mit wenn wir ihn erstellen im konstruktor kontext 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 und speichern uns das in einer entsprechenden variabel hinweis für die leute die extern zuschauen dependency injection mit dagger und sowas haben wir noch nicht gemacht deshalb dieser ganz klassische weg dass wir einfach den objekten über den konstruktor explizit die entsprechenden informationen mit geben die sie brauchen und in unserem fall ist das der kontext und und der listener der informiert werden soll und dann starten wir diesen update hast müssen das ganze dann noch in einen try catch packen weil wir ja diese entsprechende exception aus dem weekly menu request rausgeben wenn wir versuchen hier ein zweites mal existierenden request auszuführen und hier an dieser stelle hier an diesem jason array also was passiert jetzt wir erstellen diesen provider machen wir das mal in ruhe hier wir erstellen uns ein mensa data provider sagen dem übergeben denen den applikations kontext damit er das an den weekly menu request weitergeben kann damit der weekly menu request das an voli weitergeben kann und wir bitten den da drum doch mal seine daten zu aktualisieren der nutzt jetzt den weekly menu request um diese anfragen an unsere http api zu erstellen und das ganze zurückzugeben oder abzufangen zumindestens rausgegeben aus dem provider wird noch nichts und hier an dieser stelle werden wir jetzt informiert dass wir ein jason jason array zurückbekommen in dem alle speisen die es an dieser woche in der uni mensa gibt enthalten sind schauen wir mal ob das funktioniert so wie wir uns das vorstellen ich gebe einfach nur mal kurz aus dass wir in dieser methode sind importiere dazu importiere dazu meine log klasse für das ganze aus schauen wir was passiert und wir landen hier drin was wir jetzt machen müssen ist wir müssen für jedes dieser jason objekte das da drin ist das heißt wir müssen irgendwie iterieren über dieses gesamte jason array was wir vom weekly menu request zurückbekommen ein result punkt lenks get lenks einfach nur i plus plus und wir müssen aus jedem der jason objekte die wir da bekommen wir können aus dem array ein jason objekt auslesen salzpunkt get jason objekt an der stelle i das ganze wird wieder mit try and catch umgeben weil wir da jason exceptions erwarten müssen und aus diesem jason objekt erstellen wir jetzt unser mensa objekt letzte was ich jetzt heute mitnehmen machen möchte ist dafür zu sorgen dass wir die informationen die wir brauchen um so einen mensa dish hier zu erstellen ehrlich zu sein glaube ich machen wir das lieber am an einem zusätzlichen stream ist es doch schon ein bisschen zwei stunden so viele leute sind gar nicht mehr da ich sage jetzt ganz kurz was der nächste teil wäre und dann würde ich vielleicht einfach anbieten wieder am montag oder so den zweiten teil nochmal nachzuholen wir haben jetzt die informationen dass wir eine menge an speisen in dieser woche an der uni mensa essen können an jedem wochentag und wir haben die informationen vorliegen als jason objekt was wir tun müssen ist wir müssen aus diesem jason objekt die eigenschaften auslesen die relevant sind für uns und daraus dann so einen mensa dish bauen also sowas machen wie zum beispiel jason objekt get string dann greifen wir auf eine bestimmte eigenschaft in diesem jason zu zum beispiel der eigenschaft die mit dem wert name verbunden ist lesen dessen wert aus oder deren wert aus und verwenden das um in dem in dem konstruktor von unserem mensa dish den namen zum beispiel zu setzen und ähnliche strategien müssten wir jetzt tun oder anwenden um die kategorien und die entsprechenden wochentage erst aus diesem jason auszulesen dann wahrscheinlich ein bisschen umzuwandeln und dann als konstruktor aufruf in dem mensa dish verwenden das kann man dann auch vielleicht auslagern in eine extra methode sollte man vielleicht sogar tun vielleicht diesen mensa dish so eine konstruktor methode übergeben implementieren die ein jason objekt übergeben bekommt und dann eine instanz vom mensa dish zurückgibt aber das wäre jetzt irgendwie der nächste schritt können uns das ja auch noch mal ganz kurz in dieser auflistung anschauen also wenn wir noch mal ganz kurz zurückschauen auf das was wir uns am anfang angeschaut haben wir sind jetzt hier sehr weit gekommen wir haben die sachen als jason objekte vorliegen wir müssen jetzt daraus die mensa dish instanzen machen damit wir das dann über diese weitere kette an unser eigentliches view oder unser user interface weitergeben können das machen wir aber nicht mehr heute ich danke ihnen für ihre aufmerksamkeit dass sie so lange dran geblieben sind wir machen für die leute die es interessiert am montag vielleicht einfach noch mal kurz den letzten teil oder den zweiten teil von dieser kleinen den kleinen anwendungsbeispiel und beschäftigen uns dann nächste woche freitag wenn sie möchten wieder mit einem neuen thema das war's bis jetzt aber vielen vielen dank und haben sie eine schöne zeit ansprechend as ganz das ein